So, und damit ein herzliches Willkommen wieder! Tja, ich hab mir eigentlich auch irgendwie gedacht, man könnte das auch gleich einfach sagen. Ja, 100% bla bla bla, das ist das und der Ort und so anders da mal dran. Und würde sagen, gleich mal zum nächsten. Auf geht's, aber davor haben wir uns da mal kurz unter das Deck und schauen wir mal, ob wir da irgendwie was haben für unsere Käfchen. Und mit jeder irgendwie was, brav ist, gesammelt haben oder sonst irgendwie was. Na ja, da, die flotte natürlich. Ja, da, die zum Glückserzwitser oder zurückgekommen, n' super, ja. Können wir die Clavie wieder reparieren, n' super. Einer Bereich übersprungen. Was? So genau wie durch das. So. Und dieser, 18 Cent ist. Alle Schiffe reparieren natürlich. Au, au, au..... 43, ich bin neamerschlucker. Naja, immerhin zu machen jetzt schon mal. Auf die sextausend. Also immerhin etwas, also... WIR KOONTEN DAN MUCH 20Тaussend gebrauchen... aber neuuääú !!!! Wird ner zu aufhörn, leidln! Wird ner zu aufhör sein. Ah, dieses Schiff entspricht nicht den Missionenforderungen oder? Uiuiuiui, na, ich hoffe dies wenigstens... Na passt! und den Gründer der Verhandlung der Piste sogar Schnellreise falls sie hören die er weiß es gut sagt wenn man dann die ganzes Sachen haben ein Buch und Sonnen und wir haben da mal alles perfekt das Schaubkirche noch vor allem ist mit ihm jetzt schädig springen vielleicht vielleicht Blümmern angreifen wir schauen was wir da auf die Kühne es gibt nur den Doppel Die kommen wir hier. Sehr wuss. Was kriegt man da bei dir? Ist eh gut. Was geht in dem Ding? Ich fahr da eh schon herum. Ja, ich warte noch hin. Ich warte noch hin, ja. Hä? Ah, ok, passt. Den Spiegel. Hey, ein bisschen wie den wir abbeziehen. Und wann darf ich jetzt endlich einsammeln? Das sind die ganzen Sachen. Das ist ein erhebbar. Hey, ernsthaft. Ich will dich nicht weiter. Ist mit echt los. Ich krieg gar nichts mehr oder wie. Oh, einfach weg. Yay. Warte, machen wir da ganz kurz ein bisschen schneller, damit wir da, wenn ich es wollte, kriegen wir eben. Wenn dann wenigstens irgendwie. Oh mein Gott, nur Holz. Scheiße. Aber dafür können wir da mal andocken. Schaut schon so danach aus, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, wie wir für eine kleine Banken. Es ist jetzt da kommt es da andocken. Das ist Feindgebiet. Ganz wahrscheinlich möglich sein. Kann schon gut möglich sein, wenn das das Feindgebiet ist. Das wir da eigentlich gar nicht andocken. Ah, jetzt do das. Jetzt do das. Eieieieieieiei. Das ist ja doch schon lang da weit. So. Und ja. Feindgebiet. Feind, 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 Feindgebiet. So, Truhensammelobjekte, aber dafür haben wir da gleich mal was. Boah, Öffner. Bars, Stein. Perfekt. Ich werde jetzt mal... Ah nein, das war jetzt nicht die Truhens. Sonst irgendwie... Na gut, nicht gewöhnt. Ah, da... Ah ja, 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 voll, 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 voll. Da gibt's ja wie die Kammern und so. Aber da... wenn man natürlich den Schluss von mir jetzt paraben... Mal schauen, muss man schon nicht auszuprobieren. Ja, kommt, das kann doch nicht so wie. Kommt, das kann doch nicht auf? Ja, da wird ja nicht aufkommen. Kommst du die Zwei-Jerl? Dini, geh einfach durch. Ja, ja, wofür du ich. Nice. So. Da haben wir noch schauen. den zweiten Schlüsselträger auch noch finden. Oh, Mann. Und tschüss. Ja, da zuckt er aus. Bring ihn um. Tschüss ihn mal. Bring ihn um. So, nicht so deppert. Bring ihn um. Das war's nicht so lang. Und abgestochen, die ist so. Nächste ist abgestochen. Nice. Was? Ähm, du da oben wär... Oh, schade. Hm. Kann ein Körper. Wenn ich einen Schuss von mir gebe, dann... Ja. Dann wissen wir hier, was passiert. Könnte noch einfach zack. Er hat geschnitten, dich bimperl. Und hau'n wir uns einfach auf. Hau'n wir uns einfach auf, weil blühen wir da gleich mal. Vielleicht kriegt man da ja auch ein nettes, wenn der oben bleibt. Wenn der oben bleibt. Hey, hey, bleib, 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 passt. Können wir gebündert. Und dann haben wir den auch noch. Und tschüss. Einen Schlüssel haben wir mal. Nice. Da kriegt man dann wenigstens auch was zahlen. Guter Zufall. So. Da. Rufen wir mal mal um. Geniu. Könnt man eigentlich beide fertig machen. Scheiße. Fuck. 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 Und... Das war glaube ich nicht. Yes. Na komm her, bro. Fuck. Und top it. Yes. Und einmal blünden. Und da. Und das ist perfekt. Na mal gleich den da. Hoppala. Was sind wir denn? Ja mal los. Und da wird's so. Und wie. Hm. 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 Perfekt. Hm. Hm. Ich weiß nicht. Und tschüss. Warte. Ich tue den nur blindern. Hoffentlich siehst du mir nicht dabei. Aha. Der kommt schon mal her an. Der kommt schon mal her an. Ach. Ich wird das trotzdem aufteilen. Jetzt dann mit Lager und so alles drum und dann. Nicht wundern. Weil ich werde nur das Sammeln in eine extra Folge reingeben. Nur das Sammeln. Nur das Sie durch Deutsch. Der König ist vorgemacht. Und in der Gang. Passt. Ich bin in Deckung aber schlau. Ich bin in Deckung. Ich bin in Deckung. Ich glaub der Schuss reicht nicht so wirklich. Aber wir können sie ruhig auch laut machen. Ja. Oh. 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 Heiint. DieRadio spielt … Oh. Whoa. Oh nein. Oh nein. Oh nein, das ist definitiv die Pflicht, wir haben alle. Sack, hoppala, und da passieren, hoppala. Hier müssen da jetzt loswerden, da geschossen. Eijuiui, und... Mal gucken's nachhören. Hoppala. Und abgeschossen, und dieser. Tja, pisch, kapitsch. Schlafgranaten sind voll, ja, schön für die Schlafgranaten, wir brauchen ein paar was anderes. Alles voll, alles voll los, wie... Oh mein Gott. Immerhin, immerhin. Du, du mal nachlauern, ne? Jetzt ist da eigentlich eh alles befreit, jetzt ist da eigentlich eh wuscht, was wir jetzt machen. Na gut, drin sein, und wieder draußen. Ich würde sagen, der blind wird ja mal ein bisschen... Ich hoffe, da gibt's was Gescheits da drin. Außer jetzt, für unser Schiffchen, weißt du, wir nicht wie ich auch brauchen und so, alles drum und dran. Also ich hoffe, wir können dann... Na, da gibt's nicht irgendwie so ein Lager oder sonst irgendwie, dass ich mit der vielleicht jetzt was machen könnte, oder sonst irgendwas. Ah, dann... Ich würde sagen, schauen wir halt im Schiffshop nach und so, und das passt dann schon. Also, ich würde sagen, schauen wir mal. Oh, Leute. Oh, das geht ja. Vielen Dank.